Edelweiß und Heckenschere. Ein Bayern-Krimi. Von Jessica Müller. Es liest Sebastian Weich. Prolog Die Eröffnungsfeier der frisch renovierten Grindelsdorfer Brauerei schien ein voller Erfolg zu werden, fand Felix Feuchthuber. Seit dem Nachmittag gab sich die Lokalprominenz die Ehre. Der frisch gebackene Landrat Seidelbach war ebenso zugegen wie der neue Bürgermeister Feuchthubers Patenonkel Bertram Hofstadler. Aber auch viele Neugierige aus den umliegenden Gemeinden und sogar aus München strömten durch die geöffnete Pforte der Klosterbrauerei. Der Bauunternehmer Martin Schreiber hatte sich selbst übertroffen. Nichts erinnerte mehr an das einst baufällige Gemäuer. Die Fassade war schneeweiß gestrichen und ein hohes Außenfenster gestattete einen Blick in die Brauerei mit den imposanten Braukesseln. Grindelsdorfer Klosterbräu prangte in schwarzem Frakturschriftzug über dem Eingang. »Felix, Schatzel, ich geh jetzt!« rief Selina ihm zu, um die Blaskapelle zu übertönen. »Mir ist es unangenehm, auf Franz zu treffen.« Selinas Exfreund starrte die beiden bereits aus einiger Entfernung an. »Selina, das«, begann Felix, »ist bestimmt besser so.« Bürgermeister Hofstadler tauchte hinter der jungen Frau auf und warf seinem Neffen einen strengen Blick zu. »Wenigstens verfügt eine Freundin über einen gewissen Maß und Anstand. Korbinian kann bei seiner Öfen und Ganze hier keinen Eklat brauchen.« »Dein Onkel hat recht, Felix. Wir sollten Rücksicht auf Korbinian nehmen. Es ist sein großer Tag. Ich verschwinde besser.« Selina Riedl gab Felix einen Kuss und verließ die Brauerei. »Bist du jetzt zufrieden, Onkel Bürgermeister?« Felix hätte ihm in diesem Moment nur allzu gern sein Bier ins Gesicht geschüttet. »Zufrieden?« entgegnete Hofstadler mit nach oben gezogenen Augenbrauen. »Ich möchte lediglich, dass du dich benimmst und deinem Freund und uns nicht den Abend ruinierst. Du kannst von mir aus machen, was du willst, solange du dabei nicht der Gemeinde schadest. Du weißt sehr gut, wie schwierig sich die Eröffnung des Gourmet-Lokals und der Brauerei zunächst gestaltet hat. Der heutige Abend ist wichtig für Korbinian und Krindelsdorf. Es ist an der Zeit, dass wir durch anderes als nur durch Morde bekannt werden.« »Keine Brauerei der Welt wird verhindern, dass Gruseltouristen hierher kommen, um die Mordschauplätze zu sehen.« Feuchthuber grinst er spöttisch. »Da können du und der Herr Landrat euch noch so sehr ins Zeug legen. Aber keine Sorge, wenn alles gut geht, werde ich diese...« Seine Stimme nahm einen ironischen Tonfall an. »Beschauliche Gemeinde bald verlassen und ja nicht mehr in die Quere kommen.« »Mach dich nicht lächerlich, Felix. Das hier ist dein Zuhause. Du gehörst hierher zu deiner Familie, die alles für dich tun würde. Du bist mit dem Ort genauso verwurzelt wie wir alle und du weißt, dass gerade ich immer hinter dir stehe. »Nur das mit Franz solltest du in Ordnung bringen. Lass dir das von deinem Patenonkel gesagt sein.« »Du, Bertram, da bist du ja.« Seidelbachs Erscheinen ließ Felix verstummen. »Komm, du musst jetzt deine Rede halten.« Er zog den Bürgermeister am Arm mit sich und Feuchthuber beobachtete mit unterdrücktem Zorn, wie sein Onkel mit einem zufriedenen Lächeln die provisorische Bühne erklomm. »Ich bin kein Mann der großen Worte, wie die meisten von Ihnen wissen,« begann Hofstadler und blickte die zahlreichen Gäste bierselig an. »Ich weiß, Sie alle wollen sich Wichtigerem zuwenden, nämlich dem Buffet und natürlich dem süffigen Bier.« An dieser Stelle winkte er Korbinian zu sich ans Mikrofon. »Aber gerade deswegen möchte ich Sie alle um einen herzlichen Applaus bitten für unseren Meisterbrauer Korbinian Brandl und natürlich auch für seine Eltern, die das Buffet zur Verfügung gestellt haben.« Hofstadler wartete, bis sich das Händeklatschen wieder gelegt hatte und fuhr mit einem triumphierenden Strahlen fort. »Diese Gemeinde, die ich über alles liebe und deren Schicksal meine Familie seit Jahrzehnten und Generationen mitgestaltet, hat ein paar harter Wochen hinter sich. Doch wir Krindelsdorfer sind aus widerstandsfähigem Holz geschnitzt. Vergangene Schrecken können uns nix anhaben. Wir freuen uns mit einem frisch gezapften Klosterbier auf die Zukunft. Prosit! »Und, wie es so schön heißt, uns zwei, Xuffer!« Hofstadler schüttelte die Hand eines strahlenden Korbinian Brandls, bevor er ihm unter lautem Applaus die Bühne überließ. Feuchthuber warf einen Blick auf die Uhr an seinem Handgelenk und winkte Korbinian von Weitem zu. Er hegte keinen Zweifel daran, dass die Eröffnungsfeuer nun erst richtig in Gang kam, doch er hatte beileibe genug. »Zeit, nach Hause zu gehen,« dachte er bei sich und wandte sich zur Tür. »Die Ratte geht von Bord, oder wie war das?« Franz Buhmeder stellte sich ihm lallend und angriffslustig in den Weg. »Sein kariertes Hemd und die Lederhose wirkten wie ein lächerlicher Kampfanzug«, fand Feuchthuber. Mit einem provokanten Grinsen musterte er ihn von oben bis unten. »Du bist sternhagelvoll und gehst mir besser aus dem Weg, Franz.« Feuchthuber schob ihn zur Seite und ging nach draußen. Er hatte keiner Lust auf eine Auseinandersetzung mit einem Betrunkenen, doch Buhmeder holte ihn am Klostergarten ein. Er packte ihn an der Schulter und holte aus. Feuchthuber duckte sich, sodass sein Gegner den Halt verlor. Buhmeder fluchte und ging erneut auf ihn los. »Das ist für Selina!« »Wie wäre doch diesmal war es Feuchthuber, der ausholte.« Es knackte und Blut sprudelte aus Buhmeders Nase. Er ging fluchend zu Boden. »Das bereist du, du elender Dreckhommel!« drohte Buhmeder, während er sich mühevoll aufrichtete. »Ich würde eher sagen, wir sind quitt.« »Ihr hört's jetzt sofort auf!« Marianne Dachshufer kam mit raschen Schritten auf sie zu. Sie musste ihn und Buhmeder beim Verlassen der Brauerei beobachtet haben und ihnen nachgegangen sein, dachte Feuchthuber bei sich. Buhmeder nutzte die Ablenkung und schlug Feuchthuber ins Gesicht. Dieser taumelte ein paar Schritte nach hinten. »Schluss jetzt, hab ich gesagt!« Die resolute Naturheilerin war außer sich. »Spinst denn ihr?« Felix Feuchthuber hielt sich die Wange, während Marianne Dachshofer Buhmeder am Arm festhielt. »Du bringst ihn am besten heim, Marianne, er hat zu viel getrunken.« »Und da bist du nicht so ganz unschuldig dran,« meinte sie ihn. »Aber jetzt beruhigt sie euch. Und du gehst jetzt heim, Felix.« »Ich will nicht,« protestierte Franz Buhmeder, doch die Dachshofer war unerbitterlich. »Du kommst jetzt, Felix, mit. Wir müssen deine Nasen versorgen. Und ausnüchtern musst du auch. Ihr zwei seid's echt die größten Deppen,« schimpfte sie, während sie Buhmeder am Arm mit sich zog. Felix Feuchthuber blickte den beiden zornig hinterher. Irgendwo in der Dunkelheit des Klostergartens knackte ein Zweig. Er horchte auf. »Ist da wer?« Mit geballten Fäusten starrte Feuchthuber in die Dunkelheit. »Na, mein Schatz?« Susanne Waters-Hirschberg lächelte und gab ihrem Sohn einen raschen Kuss auf die Wange. Julian blickte sie mit großen blauen Augen an und gluckste. Seine Lippen formten ein kleines »Oh«. »War dein Frühstück fein?« Sie legte ihn vorsichtig über ihre Schulter und begann, seinen Rücken zu tätscheln. Das Bäuerchen ließ nicht lange auf sich warten. »Prima«, strahlte sie mit dem Stolz seiner jungen Mutter. »So tut das Bäuerchen dann nicht weh. Und wir sehen jetzt mal nach, ob dein Daddy schon fertig ist. Der muss nämlich langsam ins Büro.« Susanne war gerade im Begriff, die Treppen nach oben zu gehen, als sie aufheuchte. Motoren-Geräusch drang von außen an ihr Ohr. »Vielen Dank, Edgar. Mein Verlobte kommt morgen mit dem Mietwagen. Sie können sich den Rest des Tages also getrost frei nehmen.« Die junge Mutter stöhnte auf. Ihre Patentante hat es also wieder einmal ohne Vorwarnung nach Grindelsdorf erschlagen. Sie kniff gequält die Augen zusammen und ging zur Tür. »Meine Herren, das ist wirklich grossartig, dass Sie so zuverlässig liefern. Ich hatte schon die Befürchtung, es würde lange dauern.« hörte sie ihre Patentante sagen. »Tante Isabel? Was für eine Überraschung.« Susanne öffnete die Tür und blickte sie argwöhnisch an. Zwei Männer waren dabei, ein größeres Paket von der Ladefläche eines Lieferwagens zu heben. »Was ist denn hier los?« »Oh, Darling!« Isabel kam mit ausgebreiteten Armen auf ihre Nichte zu. »Es ist so schön, dich zu sehen, und kleinen ist.« »Hallo, mein Süße!« Julian gluckste zur Begrüßung. »Tante Isabel, was ist hier los?« wiederholte Susanne ihre Frage von vorhin. »Das ist ein Geschenk für dich? Ich habe dir eines der besten Fitnessgeräte gekauft, damit du vor meiner Hochzeit noch ein paar Babyfunde verlieren kannst,« strahlte sie. »Du möchtest an meinem großen Tag doch ganz bestimmt gut aussehen, nicht wahr?« Da befällt mir ein, ich musste die Kleider am Probe für dich und Alex ein wenig vorverlegen. Es wird höchste Zeit, dass mein Schneider sich um Alex anzukümmert. Aber das können wir nachher in Ruhe besprechen.« »Ein Fitnessgerät? Kleideranprobe?« Susannes Blut gefroren in ihren Adern. »Was für ein Fitnessgerät?« »Du wirst begeistert sein.« »Ich habe dir eine Pole-Dance-Stange kommen lassen.« Sie hob die Hand, als Susanne ihren Mund öffnete. »Du kannst mir später dafür danken, Darling, wenn du erst deine Fortschritte dank des regelmäßigen Trainings...«